KI-Tools entbinden uns nicht, auch wenn manche sich das vielleicht gerne wünschen, vom Lesen wissenschaftlicher Texte. Jede Fachkultur hat ihre Besonderheiten, was den Aufbau und die Formulierungsweise fachlicher Texte, die Funktionsweise und die Form von Zitaten betrifft. Um ein Gespür für diese fachlichen Eigenheiten zu bekommen und auch am wissenschaftlichen Gespräch einer Disziplin teilzunehmen, ist es deswegen wichtig, viel zu lesen. Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn entsteht über die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, die andere Forschende vor uns erbracht haben und die uns dann wiederum als Inspiration für eigene Arbeiten dienen können. Auch hier können KI-Tools aber eine Entlastungsfunktion übernehmen. Sie können uns helfen, Texte besser zu verstehen oder Sie können sie zusammenfassen, so dass wir einen schnelleren Überblick bekommen. Ich habe hier ein Paper bei SciSpace hochgeladen, das über typeset.io zu erreichen ist. Im Co-Pilot auf der rechten Seite kann ich Fragen an den Text stellen, auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Wie immer ist aber auch hier Vorsicht geboten und die Antworten sollten im Zweifelsfall überprüft werden. Ich zum Beispiel habe hier gefragt, wie alt die ProbandInnen waren, die an den einzelnen Studien teilgenommen haben. SciSpace antwortete darauf, das Papier gibt keine bestimmte Altersspanne für die Testpersonen an. Im Text steht aber ganz eindeutig, dass das Durchschnittsalter bei 37 Jahren liegt. Bei SciSpace kann ich außerdem einzelne Textpassagen, die ich vielleicht nicht so ganz verstanden habe, markieren und sie mir erklären lassen, ohne dass ich dafür jetzt extra einen menschlichen Tutor brauche. Ähnlich funktioniert auch das Tool Chat PDF. Wie der Name schon sagt, kann ich hier mit einem PDF quasi chatten. Wenn ich ein Paper hochlade, wird es mir direkt zusammengefasst, außerdem werden mir Fragen vorgeschlagen, die ich dem Paper stellen kann. Dank KI-Tools kann ich letzten Endes also unter Umständen ein besseres Verständnis von Forschungstexten erreichen als ohne die Tools. Gerade dann, wenn ich noch nicht so tief im Thema drinstecke.